Hallo und Willkommen zur nächsten Folge von Star Wars Battlefront 2. Jetzt gehts endlich los mit Multiplayer. Ich spiel jetzt in ein paar Runden. Und zwar, was machen wir als magrakischer Angriff? Kämpfe auf großen, temperativen Karten, um Einsatzbeziele, Besuch operantischer Aufplätze, Steuernativenfahrzeug und wer aus vier Trupplerkarten vor der Spezialhandlung aus und sein hält. Okay, ich kann einfach mal draufklicken. Kann ich auch irgendwie mehrere Spieler suchen? Nee. Würde ich sagen, vielleicht nehme ich erstmal hier irgendwas kleines, irgendwie so. Oh, Gefecht! Tritt einem Spiel bei! Machen wir doch gerade. Nice. Dann machen wir erstmal ein Gefecht. Wie auch immer das jetzt funktioniert. Jetzt habe ich mal ganz kurz hier Licht an, dass ich auch ein bisschen was sehe. Ich bin sehr gespannt. Gut, die Leute werden jetzt wahrscheinlich richtig erschrecken, wenn die mich jetzt gleich sehen. Mal gucken, ob was kommt. Weil abgesehen vom Kanal her bin ich eigentlich fast noch gar nicht. Ich habe übrigens auch überlegt, was ich als Silvester-Special mache. Aber wenn die Folge kommt, ist das sowieso schon Neujahr oder so. Deswegen frohes neues Jahr habe ich allen. Denk ich auch zumindest, dass wenn die Folge kommt, schon ein Neujahr ist. Ich weiß es aber nicht so ganz genau. Für jeden Fall wird es mir auf jeden Fall zu Silvester wieder dieses typische Feuerwerk auf der Festung geben. Dann wird es wieder Feuerwerk auf der Flotte geben. Die Silvester-Party auf der Flotte, wie immer. Und ich werde zusätzlich auch noch ein kleines Special machen. Aber da will ich erstmal noch nichts verraten. Und schade, die können wir doch gar nicht nehmen hier. Oh, fuck. Oh, was müssen wir jetzt hier machen? Imperiale Truppen nähern sich rasch. Beschütten Basis 1. Räumen und eliminieren. Wir siegen das Imperium. Okay, anscheinend wir... Stoßen weiter vor. Kesseln sie ein. So, wo sind die Gegner? Gegner, Gegner, Gegner. 98 zu 98 steht es derzeit. Ja, es war klar. Ja, es war ja auch klar irgendwie. So, wir müssen schnell starten jetzt wieder rein hier. Okay, einen Offizier bekommen wir auch noch mit hier. Ich bin ja... Wir fangen ja gerade erst an. Toll, danke. Komm, das jetzt her. Ich habe keinen einzigen Kill gemacht. Mit der Scheiße! Oh, das habe ich nicht gesehen. Bestimmt werde ich jetzt hier wieder gefocust. Das geht jetzt schon. Ja, ich brauche eine Lichtschwer-Klasse oder sowas. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Da darf ich gar nicht lang. Scheiße. Walsche Richtung. Ey, hier darf ich auch nicht lang. Scheiße. Ich muss irgendwo mal hier einen Weg rausfinden. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich weiß gar nicht, eh. Wo seid ihr, wo seid ihr alle? Meine Freunde. Du bist eine von uns. Scheiße. Ach, da unten habe ich sogar eine Karte, wie ich sehe. Ich glaube, da gibt es eine Karte. Scheiße. Ich treffe auch wirklich gar nichts, ne? Ich stehe euch! Ja, ich glaube, ich müsste auf jeden Fall mal eine Runde machen mit ein paar mehr Spielern. Ich treffe nämlich einfach gar nichts. Scheiße, das juckt es auch noch am Kopf. Geht es Pause zurück? Dann geht es natürlich weiter. Hoffentlich wahrscheinlich mit der Runde. Ja, geht es auch. Muss es ja. Und der ist kein Püste. Ja, toll. Kacke. Wir schaffen das. Ja, ich hoffe es euch einfach mal. Ich bin nämlich total furchtbar gerade. Also, sorry Leute, falls ihr es jetzt hier gerade seht. Ich kann leider nicht. Es ist meine erste Runde von diesem Scheiß hier. Und ja gut, gegen NSC ist es nun mal einfacher als gegen Spieler. Das sollte eigentlich hoffentlich jedem klar sein. Ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt hier überhaupt bin. Ich geh mal ganz durch. Ich geh mal ganz durch. Kriege auf jeden Fall viel geballert. Scheiße! Werfe Granate! Ich treffe einfach mal fast mich selber. Ach guck mal, ich habe jetzt sogar Granaten. Oh Gott, ey. Ich hab die nicht gesehen! Ich bin hier sogar mit dem rasenden Falken. Wo ich einfach mal voll abrutsche. Irgendwo Gegner oder so. Wo derzeit führen wäre sogar. Was? Ich kann doch gar nicht werfen. Ich geh mal da hinten rein. Jawoll! Jawoll! Ich hab nen Kill gemacht! Ich hab nen Kill gemacht! Jetzt werde ich gleich besiegt! Granate! Kommt auf euch! Ja, das war klar, dass ich natürlich sterbe. Ich frau mich jetzt, ob die Leute wissen, dass ich aufnehme. Das ist die falsche Richtung. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt nicht mit meiner gleichen Stelle spawne. Okay, raus hier. Aber ich hab nen Kill gemacht. Das freut mich schon mal richtig. So, da ist nichts. Nein, das ist ne Kiste. Das war ne Kiste! Ich fall dich im Kundenbrechen! Langsam auseinander! Ja. Komm ich da eigentlich auch rein? Kommt rein da, rein. Lass mich rein hier. Macht das Tür zu. Oh Mann, ich dachte ich treffe den noch. Ich glaub ich hab ihn sogar noch getroffen, ne? Ich glaub ich hab ihn sogar noch getroffen, ne? Ich glaub ich hab ihn sogar noch getroffen, ne? Hab ich ihn noch getroffen oder nicht? Für die Granate hab ich ja geworfen. Alter, Mann! Hör mal auf damit, ey! Das war ne erste Runde hier. Ich will nicht so oft verkacken hier. Ich spiel hier unten. Komm ich hier eigentlich raus oder komm ich hier nicht raus? Ich komm hier sogar raus. Wo sind Gegner angeblich in diese Richtung? Oh, Kacke! Nicht mehr getroffen! Ich wollte ihn eigentlich treffen. Ja gut, aber das wird eh ne Kackrunde hier. Muss ich sagen, ich bin doch sowas von überhaupt nicht ordentlich ausgerüstet. Ich folge jetzt einfach mal ihm hier. Aber so müssen wir das auch eigentlich machen. Ich werfe einfach mal so ein Ding hier rein. Ich dachte schon, ich hätte jetzt jemand getroffen. Oh, Alter! Alter, wie könnt ihr mal alles so schnell wegrollen hier? Doof! Sie sind im Vorteil! Gegenangriff! Okay, 30 zu 31, 29... Oh, fuck, wir stehen ja schon wieder hinten. Das stimmt ja nur wegen dir. Fuck, fuck, fuck! Ich höre für Granate! Hey, ich bin jetzt zumindest wieder... Ja, wo kam das denn jetzt her? Da war doch niemand! Wo kam der denn jetzt auf einmal her, ey? Komm, ich will zumindest noch einen zweiten Kill machen. Komm! Das Blatt wendet sich zu ihren Gunsten! 25 zu 26. Shit. Das ist doch die Rebellenwahl, das ist auf Dakar. Das sieht zumindest ziemlich stark danach aus. Darf man ja auch da hinten? Oh, Tatsache. Ich dachte, man darf ja gar nicht viel weiter nehmen. Ich verstecke mich einfach mal hier. Ach, guck mal, hier kann man doch mal nach oben gehen. Ja, klar! Mit einem Schuss! Mit einem Schuss! Jetzt weiß ich, warum ich die PvP spiele. Ich bin einfach doof an dem Schiff. Was? Gruppe voll einsatzbereit. Ja gut, dann rein jetzt. Ja gut, das ist meine erste Runde. Wahrscheinlich auch meine letzte. Da ich jetzt einfach keinen Bock drauf hab! Granate auf dem Weg! Oh, noch 15 Truppler. Hab ich die Tür, hab ich jetzt niemand getroffen? Nein, hab ich nicht. Wir können uns keine Verluste mehr leisten! Ja. Und sowas ist das Arcade nur halt als Multiplayer-Spiel. Wow. Dagegen ist ja Singleplayer gar nichts gegen das, was hier passiert. Dagegen ist Singleplayer gar nichts. Oder der Einzelspielermodus in die Kampagne halt. Dagegen ist die ja gar nichts. Ey, warte, hier darf man gar nicht lang. Wir brauchen dich an der Front! Jawoll, ich hab einen Kill gemacht. Ich hab einen Kill gemacht. Ich hab einen zweiten Kill gemacht. Aber wir sind tot. Ich bin fast tot. Fuck, ich darf vielleicht nicht auf unsere eigene Sorte fallen? Oh geil, noch ein Kill! Oh shit, das wollte ich gar nicht. Nein, ich hab mich jetzt nicht grad selber besiegt. Ich hab mich jetzt nicht grad ernsthaft selbst getroffen, oder? Lol. Das war dämlich! Das heißt, wir haben verkackt. Wir haben verloren. Ich würd sagen, ich spiele jetzt irgendwie jedes Spiel vielleicht einmal oder so. Und ja, gut. Ich würd sagen, machen wir's alles in verschiedenen Folgen. Das hier war jetzt eine Folge. Dann wird die Folge wahrscheinlich immer in verschiedenen Längen sein. So. Also das war jetzt hier jetzt hier... So. Guck mal, da gibt's hier sogar einen Rang hier. Also gut, da komme ich logischerweise natürlich nicht mehr drin. Oh, aber wir bekommen jetzt irgendwie mal hier solche Dinge, hier solche Punkte. Und Quells! Okay, aber nächste Runde will ich jetzt hier nicht rein. Ich möchte jetzt wirklich beenden. So, ich möchte jetzt in eine andere Runde. Und zwar das machen wir eigentlich. Nächste Folge geht's dann in eine andere Runde. Ich würd sagen, bis bald und ciao! Schau. P P P Bis zum nächsten Mal.